Es ist Samstag, es ist 6 in der Früh und wir sind unterwegs nach Garmisch-Pachenkirchen zu unserer ersten Tagestour mit über 2000 Ölmetern oder ungefähr 2000 Ölmetern. Jetzt ist es 9 Uhr, genau so wird man weiterkommen und das passt. Jetzt packen wir es. Also jetzt ist Schluss mit Lustig, jetzt ist Conchita elberne. Jetzt sind wir am Elbsee. Ich glaube der ist Arsch geholt, wir gehen nicht rein. So, jetzt sind wir am Elbsee. Knapp 500 Höhenmeter haben wir. Und es ist verdammt steil. Jetzt ist man Elbsee. Ja. 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 So, jetzt gehen sie über die Grenzen. Ja. 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 Heute haben wir 1200 Höhenmeter und dann geht es auf der Tierstraße ziemlich steil bergauf. Wenn es so ausschaut, haben wir dann auch eine stelle Tiere vor uns. Na ja, auf geht's! Musik 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 Die letzten 300 Höhenmeter ziehen sie ein bisschen da oben, aber kann nicht mehr lange dauern, weil wir schon 75 Kilometer haben. Wir haben 1810 Höhenmeter und jetzt kommt noch ein brutaler Anstieg, als ich ehrlich gesagt nicht mehr brauche. 2.000 Höhenmeter hätten wir jetzt. Wir dürfen jetzt eigentlich nur noch bergab gehen und das ist auch gut so. Gehen wir so hinspringen? Ja. 2.000 Höhenmeter Haben wir jetzt für dich? 3.000 Höhenmeter 3.000 Höhenmeter 4.000 Höhenmeter 5.000 Höhenmeter Vielen Dank.